Liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich weiß, ich sollte nicht so vor Sie treten, also zumindest nicht ungepflegter, als die Schüler in die Klasse kommen. Ich würde das normalerweise auch nicht tun, aber mein Aussehen hat damit zu tun, dass ich gerade das Vergnügen und die Freude hatte, als Sprecher zu arbeiten für einen Kinofilm, den ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte. Er heißt Zwischen Himmel und Eis. Es wird die Geschichte erzählt eines Mannes, der als junger Forscher ganz naiv auszog in die Antarktis, um dieselbige zu erforschen, um das Klima, die Veränderungen zu erforschen und der ganz stolz ist, wie ich bin Pionier und sehr viele Entbehrungen auf sich nimmt, um dieses Forscherleben an einem der wenigen Plätze, die eben noch nicht erforscht waren damals, ausleben zu können und der dann immer mehr Erkenntnisse gewinnt, wie das Eis die Geschichte des Planeten quasi eingefroren hat und wie diese Geschichte gelesen werden kann, wie ein Buch mit vielen, vielen Seiten. Und daraus gewinnt er die Erkenntnis, dass die Klimaveränderungen, die den Planeten schon immer beeinflusst haben, jetzt aus den Fugen geraten durch die Einwirkung des Menschen. Diese Erkenntnis versucht er, der Welt mitzuteilen, aber niemand glaubt ihm zuerst und als man ihm glaubt, passiert trotzdem nichts. Dieser Claude Lourius ist der Mann, der als erster wissenschaftlich bewiesen hat, Klimawandel und unser Tun als Menschen haben einen Zusammenhang. Niemand kennt ihn. Es wird höchste Zeit, dass Ihre Schüler und Sie diesen Mann kennenlernen. Also wenn Sie ins Kino gehen ab dem 26. November, sich das vielleicht mal mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin angucken und dann denken, das könnte auch interessant sein für meine Schüler, das könnte auch interessant sein als Begleitthema für eine vielleicht etwas größer angelegte Information zum Thema Klima und CO2 und all diesen Dingen. Dann rufen Sie einfach dieses Kino an und sagen, ich bin Lehrerin, ich bin Lehrer, ich möchte gerne eine Schülervorstellung. Alles Weitere organisiert dann das Kino. Und wenn das dann alles geklappt hat mit dem Kinobesuch und alles in trockenen Tüchern ist und die Kinder auch Zeit haben und kommen, dann brauchen Sie natürlich auch Material. Und das kann man sich ganz einfach downloaden auf der Homepage dieses Films. Also Zwischen Himmel und Eis, ein Film, den ich Ihnen nur ans Herz legen kann, in der Hoffnung, dass die Generation, die das am meisten betrifft, nämlich die Kinder und deren Kinder, eine Chance haben.